Ich seh da immer noch Zombies Jo, ich seh da nen Spieler Das wüsste ich Wo laufen wir eigentlich hin? Wieso laufen wir in der Westen? Laufen wir dann? Wir laufen nach Norden Ich hab nen Kompass Ja, da vorn ist Looper Und Vibor ist wirklich fast ein Kilometer rechts von... Also im Osten Wo wir jetzt drauf zu rennen, das ist Vibor Nein Doch Wollen wir wetten? Ja, um was wetten wir? Die kleine Stadt davor, aber dahinter ist ne große ist vor 100% Die große Stadt, die da vorne ist, das ist nicht Vibor Du Patino ist nicht so groß Um was wetten wir das? Okay Leute Ihr wettet Ecotest, das ist Lopatino Das ist Vibor Glaub mir, ich bin in diesen Städten hier aufgewachsen Das ist... Das ist für mich... Da bin ich mal zum... Das ist mein Kindergarten In Lopatino ist mein Kindergarten Vibor ist ungefähr 1,5 Kilometer östlich Wir sind eben nach Westen gelaufen, Perry Das war nicht morgen Nein! Oh doch Wir sind nach Nordwesten gelaufen Jetzt pass auf Ich... Ey Junge Ego-Fight hier, Ego-Fight So oder? Nein, ich muss trinken Wir müssen auch unbedingt was zu trinken, Finn Ja, das ist Vibor Das ist nicht Vibor Das ist nicht Vibor Du warst wahrscheinlich vorher in Lopatino schon Und hast angenommen, dass es Vibor ist Hier, Lopatino Das ist der richtige... Diese Kurve ist Lopatino Komm mit hier zum Schild Das da drüber ist Vibor Nein! Das ist alles Lopatino Vibor ist 3 Kilometer von hier entfernt Und Moskwa, also Moskau ist 28... Ne, 2.172 Kilometer entfernt Das Zombie hat mich jetzt mal Lootest du? Ne, 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 ne Okay, ne, ne Wow, wow, wow Mich hat der Ongf umgebracht Nein, steh auf! Oh Gott, ey Ich glaub ich hab einmal kurz geschossen Ja Im Hending Müssen gucken ob wir einen Brunnen finden Hör mal schon Abstand von den Zombies halten Wir sind ja sowieso noch ein bisschen verletzt Ich hab einen Antibiotika nebenbei dabei Falls wir irgendwie vergiftet werden Das hier ist Lopatino nebenbei, Perry Also du warst vorher wahrscheinlich schon in Lopatino Das ist kein Ding Ihr müsst Perry verzeihen Weil er hat nie Cernatus gespielt Er ist erst bei Origins Und Epoch Und ist in Müll eingestiegen Er ist ein kompletter Origins Anfänger Äh Cernatus Anfänger Hier guck Das ist Lopatino Da Hurry Und wenn dann B steht auf dem Kompass Was bedeutet Das bedeutet nicht Norden Das bedeutet Best Tenden Das ist nicht wie wohl lustig Das wüsste ich Wo laufen wir eigentlich hin? Wieso laufen wir in der Westen? Laufen wir lang Wir laufen nach Norden Im Kompass Ne Da wo wir jetzt drauf suchen Das ist Vivo Nein Doch Nein Wo wir wetten Ohne Scheiße Das ist nicht Vivo Das ist echt Wo hat das War das hier oder? Ne ne Hier hab ich nicht im Grunde gefunden Ich hab einen Vivo am Grunde gefunden Okay Dann haben wir ein kleines Problem Wieso? Blinkt das schon? Ja Ja Ich da nichts mehr? Du hast glaube ich noch eins Aber können wir ja so lange lassen Wir laufen einfach eben nach Vivo ist kein Problem Das ist 2 Kilometer 2,5 Kilometer von hier aus Einfach nur einmal über diesen Berg da vorne Das ist nämlich der Vivo Sniper Berg Kommen wir uns ganz gut gelegen Weil wir jetzt Sniper haben Oh Perigo ist mich verirrt Sagt er Sagt er die ganze Zeit Wir laufen Norden Und ich sehe so Ne kann ja nicht sein So Ja das war so ein bisschen Nordwesten Das war so fast Norden Das war Richtung Norden Das war Richtung Das war Richtung Map Genau nach Westen Ne das war nicht genau nach Westen Harry hast du heute schon Feiern? Hast du heute schon gut getrunken? Nein Hier haben wir den beiden Doch hier in der Nähe Haben wir das Trailer Video gemacht Für den Kanal Keine Ahnung Dann haben wir das vor 4-5 Monaten gemacht Wo wir mit Youtube gestartet haben Ja Schon mega lang her So da haben wir schon das Airfield Ach hier dieses kleine Airfield meinst du? Ja genau das meinte ich Das ist nicht auf der Karte verzeichnet Keine Ahnung Ne das ist auch komplett neu Ich weiß nicht ob das irgendwie random hier spawnt Oder immer hier ist Ich hab keine Ahnung Ne ne das ist immer hier Das haben die manuell eingefriegt Ich trage es wie viele Leute hiervon Bescheid wissen Keine Ahnung Hier ist normalerweise komplett leer Hier sind auf jeden Fall 2 Baracken Können wir mal looten Sind keine Zombies da? Da ist keiner kennt Glaube ich auch nicht Dass jemand hier überhaupt looten geht Weißt du was ich an dieser Ja gerade Zombie gespawnt Weißt du was ich an Sternleutos liebe? Dass man so weit gucken kann Und die Leute von so weitem spotten kann Ja Die haben auch hier den ganzen Boden gemacht Hier ist normalerweise klar kein Boden Denk dran die Zombies finde ich auch so ein bisschen Ja ja Ich geh in die zweite Baracke Ja ich mach erstmal hier die ganzen Türen auf Ich bin noch ewig Oh das was zu trinken ist von Von der Jerrycan Ne ich müsste doch nichts zu trinken Mal was zu essen Erstmal trotzdem mal Ach wenn man normal ist Dann erhöht sich das auch für eine ganz ganz kurze Zeit Ja ja Der Jerry macht das richtig sneaky Vielleicht sich in die Baracke ran Oh ne Zombie Akku zu ziehen Echt? Ich schieße gleich einfach Ich bin einfach durchgelaufen Und schieße jetzt Hier ist ne AKM Uh ne Ramekin Oh ein Skin ist hier Nice Ich schieße Boah ich liebe das wenn die Zombies umfallen ne Das hat man leider nur beim normalen Daisy Nichts mehr bei Epoch oder so Irgendwisch hinter meiner Baracke Interessiert das gar nicht das Laufen Ballast Was? Hier legt noch ne Essdorch Ein Ghillie Suit gefunden Oh mein Gott Und ein M4 1 Wie lecker Ist die Frage nicht Ah ne Willst ne M4 Obwohl, keine Standard Magazine dafür Hier ist noch ein Messer Kann ich dir leider nicht mitnehmen Ich hab ja eins Sehr schön, Perry Nice, ein Ghillie-Suit gefunden Ich zieh den mal an, dann sind wir beide getarnt Was heißt denn Tier? Kleider Achso Ach, das mach ich auch mal Moment Muss man machen Nämlich für Für diese Racks, ne? Ja Ja, da liegen die auf dem Boden Zwei Stück Gibt eine normale Kleidung Ja, ich hab auch noch zivilen Closing dabei Ach, Rack Auf jeden Fall Okay, okay, okay Rack wird gar nicht im Some old Racks Ne Wofür werden die Racks denn benutzt? Damit kannst du dich auch, ich glaube Ne Wunde sauber machen Aber man hat ne Chance, sich zu infizieren Old Racks steht da Aber, ähm, ich kann nicht rechtsklicken auf die machen Echt? Ich nehm mal Ich nehm hier mal zwei mit Falls was passiert Wer weiß Okay, wir werden erstmal Gerade aus In den Wald gehen Und dann können wir von da aus Alles überblicken Das ist mir die übelste Sniper Position Auf dem R4 Und von da aus Gehen wir dann Richtung Süd Bei Racker Und da muss ich mich dann Mega beeilen Im, ähm, trinken Stimmt, ich weiß welchen Boden du meinst Wir haben das erst dann schon mal In einem Video gesehen Genau Da trinke ich immer Okay, hat auf jeden Fall aufgehört zu blinken Wärts schon mal gut Also das hat schon Während du Während es geblinkt hat Hat es schon 10, äh Hab hier die Sekunde abgezogen Lass man echt drauf aufpassen Lustig ist Bevor ich jetzt sie angefangen hab zu spielen Hab ich das meiste schon, äh, gelernt Durch, äh, Let's Plays Ja, aber das ist ja halt eine neue Ja, oder sag ich mal Die Marktstrategie, ne Man schaut sich Let's Plays Und dadurch begeistert man sich Durch die Spiele Deswegen verstehe ich das nicht Wie zum Beispiel Nintendo Oder so sagen kann So, ihr müsst nur Geld bezahlen Damit ihr uns Oder, damit ihr das Spiel Überhaupt online stellen dürft So in den Videos Kann ich nicht verstehen Mega illgustig Ja auch nicht Weißt du, man macht eigentlich So kostenlos Werbung für die Und Weiß nicht So, jetzt können wir mal Gegen Ivar gucken Oh, ich hab grad einen Mech Ja, ich auch Ich sehe aber keine Zombies, ne? Ne Die bei Racken Sind aber glaube ich schon offen Ja Ja, die ist offen Da war schon jemand Das haben die ja Oh, da ist eine Kuh Oder sind da zwei Kühe? Da sind's Eine Kuh und ein Schaf Und ein Kaninchen Aber wir gehen erstmal Zu Süd bei Dacke Denn Muka ist lustig Daisy Standalone Hat das ja so Geschafft zu ändern Ähm, da ist es ja so Die Türen Die spawnen mal Äh, random Also die sind nicht immer zu Mal sind die offen Mal sind die zu Damit man nicht sagen kann Oh, hier war schon jemand in der Stadt Der hat schon alles gelootet Weil die haben es ja nicht hinbekommen Und ich glaube Das geht immer noch nicht Dass die Sachen respawnen Wenn die einmal gelootet sind Dann ist bis zum Server Resort Komplett alles leer, weißt du? Das war mit den Zombies Glaube ich genauso Wenn die dann nichts geändert haben Ich hab schon länger nicht gespielt Ich möchte jetzt hier auch keine Lügen verbreiten Aber Und, ähm Dann, dann haben die gesagt So, ja, weil Man sonst aus Weitem sieht Ob eine Stadt schon gelootet ist Oder nicht Das ist Schwachsinn Das war dieser Justin, ne? Ja Lass uns mal hier laufen Also entweder hat der uns gesehen Hat sich mega erschrocken Hat deswegen die Taste hier drückt Boah, der ist einfach dämlich Ich glaube Ja, der Zweite Ja, ich irgendwie auch Nee Ich bilde mir da nur was ein Ich würde, glaube ich, gerne Auto hören Einbildung ist auch eine Bildung Echt? Geil, ich bin gebildet Kassertüte Oh, wieder diese Legspikes zwischendurch Hm Zombies da unten Wo? Bei dem, äh Filetügel Okay Ne, Legspike Legspike Ich bin in den Sniperbüsten hier Hier ist kein Sniper Die Zombies sind nicht von uns Da steht ein Auto Wo? In dem roten Metallgebäude Ja, ja, das ist aber feste da Aber da steht ein Auto vorne Vor uns Auf diesem kleinen Parkplatz Ja, aber kaputt Äh, links von uns im Wald Ist, glaube ich, einer Da ist ein Zombie mega weit oben Ja, in dem Wald ist 100% irgendwo einer Weiß, welchen Wald ich mein? Glaub ja Ich bin, ich bin mal ganz nah oben Da ist 100% einer Vom Fahrrad aus gesehen Wie war der Zombie? Äh, genau vor uns hier Genau über dem Wald Über dem Militärgebiet Also diese 50 Meter Nehmen wir uns Da irgendwo ist der Drin Weil wir fördert sich kein Genau wirklich vor uns 50 Meter vor uns Da irgendwo muss der sein Willst du mal hier auf dem Berg Bleiben? Ich laufe gegenüber auf den Berg Und schaue mal, ob ich Äh, vom Gegenüber Vielleicht was erkennen kann Weißt du, alles was kriegen Geht die halt sofort umschießen Ja Und jetzt gegenüber von dir Wenn du über die Stadt guckst Auf deiner Seite Ah Da laufe ich jetzt hoch Und da durfte ich in deinen Wald Eingucken können Und alles, was in der Nähe ist Lass mich einmusch Und so ist das genau Ich glaub dieser hier müsste das sein Achievement Time Waster Gibt jetzt Archivement Ich glaub insgesamt 16 oder so Okay, also wahrscheinlich Schon mal eine lange Zeit überlebt Ja So, jetzt guck ich von Weitem Und such den mal Kann man ein bisschen Nichts erkennen da Weil die Zombies sind auch weg Ne Also da hinten im Wald Ist auf jeden Fall noch einer Okay, ne Dann glaub ich immer noch Dass der da ist Sehen tue ich da jetzt nix Da irgendwo schätze ich den Vielleicht ist er auch nur einfach durchgelaufen Ne, ne Die Zombies hast du halt mega lange Bis die Zombies weg sind Mega lange Also beziehungsweise Du musst Mega weit weg sein Oder allgemein schon Dass der da hoch geht Da muss ein mega lange für liegen Dass der da hoch geht Doch, da ist noch einer Ich seh da noch Über Militärkämpfe Und noch Zombies Versuch mir mal Noch eine bessere Position Zu verschaffen Ich seh da immer noch Zombies Ja, ich seh da einen Spieler Der kriecht Der kriecht Ist ein Survivor Der kriecht Zum Militärgebiet Oder? Von wo aus? Ähm Wenn du zum Militärgebiet Guckst nach links Da auf dem Berg Aber das scheint Ein richtiger Anfänger zu sein Der kriecht wirklich Auf das Militärgebiet Langsam zu Wollen wir dem den Spaß Nicht verdämen Echt? Du kannst du dem laufen Ne, ne Lass den mal Der ist wirklich Obwohl der hat glaube ich Night Vision Ich will ihn echt Ungern töten Er hat auf jeden Fall Eine Tasche So eine Ich denke mal So eine Tasche Wie ich Ich möchte ihm echt Ungern den Spaß Verderben Der kriecht nämlich Wirklich Er liegt auf dem Bauch Und kriecht Zum Militärgebiet Er ist jetzt so 10 Meter davor Da bist du aber wenigstens Von mir mit so ein bisschen Aber trotzdem Könnt ihr Blut haben Was wir gebrauchen können Ja, aber Ne Also wirklich Sie ist ein Überlebenskampf Das gewinnen würde ich stärke Ne, aber ja Überleben würde ich stärke Ne, ne Ich kann nicht Ne Jemand der so Der sie spielt Hat das die Zeit Die ich mir zurückwünsche Wo wir In Städte gekrochen sind Und nicht einfach Durchgelaufen sind Ich komme wieder zu dir Dann gehen wir weiter Ich würde ihm aber gerne Echt zugucken Wie er das Militärgebiet lootet Und ob der dabei Von Zombies gesehen wird Oder nicht Weil da laufen Zombies rum So, ich bin jetzt Bei dir In der Tandre Irgendwo Und ich Ich glaube Äh Ich bin jetzt Ich bin jetzt Da Hinter dir ist Dägen so Wir laden nicht Schießen Wir laufen einfach Hier weiter Wir müssen ja jetzt Genau hier nach Neun laufen Das müsste So der Neun sein Ja Wir müssen genau So laufen Okay Ein bisschen gefährlich Auf dem offenen Feld Laufen Aber passt Schon Du musst nachher Im Video gucken Das war echt So ein richtiger Bambi Aber nicht nur Ein Bambi Sondern das war Bambi Bambi ist schon zu Bambi Ne Der ist schon zu Pro Das war wirklich So einer Der sich so hinlegt Und alleine Darum kriegt Ich hab den grad bestimmt 20 Sekunden lang Beobachtet Wie der so Einfach die ganze Zeit Nur kriegt Zu den Zombies Boah ey Das hab ich schon Bei einer Anfangszeit Auch gemacht Ja und deswegen Und jeden Preis Verhindert Dass die Zombies Gesehen wird Deswegen will ich Um das Spielen Nicht versauen Das war nämlich Die aller geilste Das war die aller geilste Zeit Die wir hatten Da hat das Spielen Richtig Bock gemacht Ja Aber ich hab dann halt Irgendwo Mal gemerkt So In Häuser gehen die langsam Einmal durchs Hauslaufen Bis man die los Warum kriechen Kann ich auch die ganze Horde Einfach anziehen Ja Aber ich muss sagen Hier auf dem Server Bin ich auch mit Aufmerksam Sneaken Aber Aber ich Wurde Einfach nur geduckt In und schleiche Kriege ich ja nicht Okay Ja Aber das war schon Ich weiß nicht Ich kann's Stell dir mal vor Wir killen den jetzt Dann hat der keinen Bock Mehr auf das Game So hat der noch seinen Spaß Für den ist das was man so Vielleicht ein bisschen Heute Kann ich nicht Nein Kann ich nicht zulassen Am liebsten hätte ich den jetzt So genau beschützt Am liebsten hätte ich den noch So beschützt Vor anderen Leuten Müssen wir mal machen Irgend so ein Bambi finden Aber solche Bambis Findest du auch nicht Eigentlich hätte man echt Da bleiben sollen Und den die ganze Zeit Beschützen sollen So mega unauffällig Dem folgen Und beschützen So Mütter noch auffallen Durch mal schallgedämpfte Waffen Damit er nicht mitbekommt Mal einen töten So der dem hinterher läuft Jo Leute Endlich mal wieder Daisy Vanilla Die guten alten Zeiten Ich hoffe das Video Hat euch gefallen Wenn ja dann Lasst euch bitte Einen Daumen nach oben Da oder kommentiert das Video Hier oben habt ihr jetzt Ein altes Origins Video Und unten den letzten Daisy Part Haut rein